Das war's! Das war's, Raiders, ausweichen, ausweichen! Kommand, ich hab noch eine Nachricht von Stahlarms abgefangen. Wir haben Captain Narvo zum Hauptwerk gebracht. Das liegt auf der anderen Seite des Hafens. Wir wussten, dass das kein Spaziergang wird, Leute. Weiter geht's! Das war's, Raiders! Das war's, Raiders! Das liegt auf der anderen Seite des Hafens. Wir wussten, dass das kein Spaziergang wird, Leute. Weiter geht's! Das war's, Raiders! 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 Das liegt auf der anderen Seite des Hafens. Wir wussten, dass das kein Spaziergang wird, Leute. Weiter geht's! Das liegt auf der anderen Seite des Hafens. Das liegt auf dem Weg. Der Weg ist auf der anderen Seite des Hafens. Das liegt auf der anderen Seite des Hafens. Das liegt auf der anderen Seite des Hafens. Das war's für heute. Das war's für heute. Hey, Sepp! Es gibt keinen Weg nach oben! Sie müssen zum unteren Teil der Wohrinsel und die Stützpfeiler zerstören! Zwei gesielte Sprengsätze reichen! Glockenze Das war's für heute. Die Bremseite, das Gebiet evakuiert. Alle Mann verlassen das Schiff. Wir gehen nämlich zur Evakuierungsplatz vor. Wir müssen weg! Ich will dir nicht auf die Insel auf, wenn du bist! Das war's für heute. Wir müssen die Fahnen aufstehen! Off-start! Reiter! Interwettung! Plattform! Ich habe nichts damit zu sehen! Erste, ich bin da wieder! Untertitelung des ZDF für funk, 2017